weil bei ist gesund kann immer gut gebrauchen ich wollte noch ein bisschen munition herstellen so machen wir noch mal ein so dann kann ich hier obwohl ist verschwendung ne aber dann haben wir schon mein inventar sieht aus haben wir auf jeden fall erst mal vorrat also jetzt kann ich da unten runter der kommt bestimmt die blöde vollidiot das wäre jetzt zu einfach oder ist jetzt voll hallo nachladen bitte auch schon nix ja nein ja 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 mal kurz kurz ja komm und hopp und hopp hera warte 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 die ist gerade an meinen beinen herumgeschlichen glaube ich bin gerade an derниковa das bild geknallt, das habe ich vorhin schon mal gehört. Hatte sie sich versucht unter meinen Beinen zu verstecken. Arme Mausi. Okay, dann geht's wieder zurück.